Hey Leute, willkommen bei Bestes Produkt. Heute schauen wir uns die besten Mini-Waschmaschine Test an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit und mehr zu sortieren. Für weitere Infos über die aktuellen Preise der Produkte kannst du dir die Links in der Beschreibung unter dem Video ansehen. Also, legen wir los mit der Liste. Fünfte Produkt auf der Liste ist der One Concept DB 003. Die Mini-Waschmaschine ist ein kompaktes und leistungsstarkes Gerät, das überall eingesetzt werden kann. Das extrem geringe Gewicht, die kleinen Abmessungen und der integrierte Tragegriff machen es einfach, sie auf Reisen mitzunehmen. Sie ist ideal für kleinere Wäscheladungen oder für empfindliche Stoffe, zum Beispiel Babykleidung, Unterwäsche oder Socken. Das Fassungsvermögen von 2 kg macht es möglich, bis zu 6 bar Socken auf einmal zu waschen. Die um 360 Grad schwenkbare Waschmittelschirplade ermöglicht ein einfaches Befüllen und Entleeren der Maschine, ohne dass Waschmittel verschüttet wird, sogar unterwegs. Die Mini-Waschmaschine ist die Lösung für alle Wäscheladungen, die in Wäscheladungen und Wäscheladungen in Wäscheladungen, die in Wäscheladungen und in Wäscheladungen verwendet wird. Nächstes auf Platz 4 kommt der Adler AD8051. Die Waschmaschine AD8051 ist ein kompaktes, leichtes und praktisches Gerät. Es ist sehr einfach, sie überall zu benutzen. Die Waschmaschine hat ein Fassungsvermögen von 3 kg und kann mit bis zu 6 Wäschestücken beladen werden. Die maximale Leistung dieses Geräts beträgt 400 Watt, mit der sie auch die empfindlichsten Kleidungsstücke richtig waschen können. Diese Waschmaschine ist für alle gedacht, die gerne reisen oder campen. Dank ihres geringen Gewichts nimmt sie nicht viel Platz im Kofferraum ihres Autos ein und sie können sie problemlos auf ihre Reise mitnehmen. 10.000 10.000 in brevetempo e askugari senza problemi. L'apparecchio dispone di una funzione timer, con la quale è possibile impostare il tempo di lavaggio e la durata desiderata. Così si risparmia tempo ed energia. Questa lavatrice è perfetta per ci cerca un apparecchio piccolo e pratico. 3. Produkt auf der Liste ist der Interinov Copyright Warenzeichen Mini. Die Interinov Mini Waschmaschine mit Wäscheschleuder ist ein Produkt der Zukunft. Sie vereint zwei Geräte in einem, eine Waschmaschine und eine Wäscheschleuder. Diese Kombination ermöglicht es, 2 kg Wäsche in weniger als 10 Minuten zu waschen. Die Interinov Mini Waschmaschine hat die Energieeffizienzklasse C und ist damit äußerst energieeffizient und dennoch sehr leistungsstark. Mit ihren kompakten Abmessungen und ihrem geringen Gewicht lässt sich die Interinov Mini Waschmaschine leicht von Raum zu Raum transportieren o anche da portare con se in vacanza. La mini lavatrice con centrifuga Interinov e un prodotto del futuro. Kombina due dispositivi in uno, una lavatrice e una centrifuga. Questa Kombinatione permette di lavare 2 kg di Biancheria in meno di 10 minuti. Linterinov Mini Washer ha una classe di efficienza energetica C ed equin di extremamente efficiente dal punto di vista energetico e tutavia molto potente. Zweite Produkt auf unserer Liste ist der Tectic 4,5 kg Mini. Sie suchen eine kleine und praktische Waschmaschine, mit der Sie Zeit und Energie sparen können. Dann ist die Kombination aus Mini Waschmaschine und Wäscheschleuder von Tectic genau das Richtige für Sie. Diese 2 in 1 Waschmaschine wäscht Ihre Wäsche nicht nur, sondern schleudert sie auch in rekordset trocken so können Sie sowohl Wasser als auch Strom sparen. Die Mini Waschmaschine ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und ist robust und unzerbrechlich. Sie ist in einem eleganten blau-weißen Design gehalten und verfügt über zwei Waschprogramme sowie zwei separate Timer-Funktionen für die Waschtrimmel und den Schleudergang. Zudem verfügt die Wäscheschleuder über eine praktische Tropfschutzfunktion, sodass Ihre Wäsche nach dem Schleudern nicht mehr tropfen wird. La Kombinatione di Mini Waschmaschine e Wäscheschleuder di Tectic e Perfetta per i Single, le copie o le piccole famiglie ed il ideale per il vostro zoo. Questa Lavatrice 2 in 1 non solo lava il tuo bucato, malo asciuga anche in tempo record, così puoi rispamiare sia acqua che elettricita. La Mini Lavatrice e fata di plastica di alta qualità ed e robusta e infrangibile. Schließlich, die Nummer 1 auf unserer Liste, der Syntrox Germany A 7 kg. Die Mini Waschmaschine ist ideal für kleine Haushalte und lässt sich leicht im Badezimmer unterbringen. Mit einem Fassungsvermögen von 7 kg bietet sie genug Platz, um mindestens zwei Jeans oder drei Hemden zu waschen. Die moderne Waschmaschine mit Schleuderfunktion bringt nur 10,5 kg auf die Waage und lässt sich leicht in jedes Badezimmer transportieren. Ein fest installierter Abwasserschluch ist im Lieferempfang enthalten. Die Zeitschalte erregelt die Zeitintervalle zwischen 0 und 3 Minuten beim Schleudern und 0 bis 15 Minuten beim Waschen. Die Leistungsaufnahme beträgt 400 Watt und entspricht damit der Energieklasse A und La Mini Waschmaschine ist ideal für kleine Haushalte und puro Essere portata komodamente in Kameradaletto. Mit einem Volumen DI 7 kg, hat einem Sack und DI Spazio per lavare almeno zwei Jeans oder drei Oli. Die moderne Waschmaschine mit Schleuderfunktion porta solo 10,5 kg so la vita und puro Essere transportata facilmente in auch die Stanzer. Die Hidropolitik verzieht die Installer-Tubo flessibile und inklusonella Furnitura. Danke fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch den Daumen nach oben. Und wenn du neu auf unserem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.